Herzlich willkommen meine Damen und Herren, wie schön, dass Sie gesprächsbereit sind heute für einen Mann, der Ihnen unter anderem rät, mehr zu tanzen, sich irgendwie zu bewegen, alleine als Sturzprophylaxe. Franz Müntefering ist bei mir, 79 Jahre alt, zwei erwachsene Töchter, ehemaliger Stadtrat von Sundern im Sauerland, ehemaliger Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, Bundesminister, zweimal Vorsitzender seiner Partei, nämlich der ältesten Partei Deutschlands, der SPD. Und jetzt sprechen wir heute, Herr Müntefering, über Ihr Buch. Was ist ein Mensch mit 79 oder fragen wir es anders, wie böse sind Sie auf jemanden, der sagt, Sie wären alt? Ich bin alt, 79 ist alt, das ist ganz klar, da muss man auch zu stehen, das hat man eigentlich nicht. Ich mag das nicht, dass mir alle immer einreden wollen, man wäre vielleicht ein bisschen jünger, das ist Unsinn. Das Neue ist eben, dass man 79 sein kann und relativ gut drauf und das sind ganz viele, etwa 80-jährige, 5 Millionen haben wir davon, da sind 80 Prozent so gut drauf wie ich, die können souverän leben, das tun die auch und das ist eine neue Sache, das hat es noch nie gegeben in der Menschheit. Aber was sagt dann das Wort alt eigentlich noch aus? In Ihrem Buch bestreiten Sie zum Beispiel auch, die Formulierung ist glaube ich, wir werden nicht sonderlich weise, sondern vor allem sonderlich. Also das heißt, auch diese Klischees lassen Sie ja gar nicht gelten. Ne, das ist ja auch so, es gibt weise und vernünftige Alte und vernünftige Junge, das ist so, das ist meine Lebenserfahrung dabei. Also man darf nicht glauben, weil man alt ist, da gibt es ein Senatitätsprinzip, man wird immer schlauer, immer besser, immer klüger, immer weiser, das ist Quatsch, das kann auch in die andere Richtung gehen. Aber es gibt kluge Alte und ein bisschen auflocken kann man es, wenn man sagt, wir sind nicht mehr so schnell wie ihr Jungen, aber wir kennen die Abkürzungen und das kann ganz nützlich sein. Oder ansonsten ist irgendwas besonders toll daran, alt zu sein, weil alt wird ja normalerweise als negativ verstanden, wenn meine, was weiß ich, mein Hemd ist alt, ich brauche ein neues, mein Auto ist alt, ich möchte ein neues und so weiter und so weiter. Wir kennen das immer in so einem negativen Zusammenhang. Vielleicht ist das Hemd ja noch gut und vielleicht das Auto auch, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Also alt werden, was ist schöner dran? Dass man lebt. Wenn man lange leben will, muss man älter werden, sonst geht das nicht. Und deshalb muss man damit leben, dass man älter wird und alt. Aber wir haben in der Tat in Deutschland noch keine richtige Sprache dafür gefunden. Die Älteren sind jünger als die Alten in der Umgangssprache. Eigentlich müssten die Älteren ja vielleicht älter sein als die Alten, sind sie aber nicht. Also wir wackeln immer noch so ein bisschen hin und her. Sie hatten mir das mal erzählt, dass Sie, glaube ich, entweder einen 60-jährigen Frau oder einen 60-jährigen Mann angesprochen haben, er oder sie sei alt. Und dann war die Reaktion empört. Die waren angeschrieben von einer Stadt zur Wahl des Seniorenbeirats. Und damit haben die sich gemeldet und waren unverschämt. Also Sie lassen uns nämlich 60 oder 65 als Senioren ansprechen. Also da gibt es Empfindlichkeiten, aber das müssen wir auch lernen, damit umzugehen und da nicht vorwegzulaufen. Weshalb? Können Sie trotzdem sagen oder würden Sie sagen, das und das, dieser Zeitraum war meine kraftvollste Zeit? Da war ich am jüngsten, am stärksten. Also alles das, was man mit Jungen verbindet? Das Leben ist eine ballistische Kurve. Also was Geschwindigkeit angeht, was Kraft angeht, was Ausdauer angeht, da geht das so runter. Das ist klar. Wenn man Sportabzeichen macht, dann merkt man, geht es ja 3 oder 5 Prozent weniger schnell und so. Das geht mehr ab. Und das ist normal, aber das ist nicht automatisch im Kopf so, sag ich mal. Da können sich durchaus noch neue Dinge entwickeln und man kann auch im Älterwerden noch klüger werden, als man vorher gewesen ist. Jetzt hat mir eine Freundin gesagt, ihre Mutter würde nach wie vor kalt duschen und würde das aber hassen. Also die Mutter hasst das, kalt zu duschen. Sie tut es trotzdem und die Tochter, also meine Freundin hat sie dann gefragt, aber Mama, warum machst du das? Da hat sie gesagt, weil Münthe es auch macht. Also weil Sie immer noch diese Regel haben mit dem bis 100 zählen und unter der kalten Dusche. Was ist sonst das Geheimnis, Herr Münthe-Viering, dass Sie heute hier vor mir sitzen und ich weiß nicht, ich durfte sie in den vergangenen Jahren immer wieder mal treffen und ich wüsste jetzt nicht, woran man erkennen sollte, dass sie in der Zeit älter geworden ist. Das sah schon immer so alt aus, das ist einfach sehr erklärend dabei. Abseits davon. Ja, ja, also das ist ein vergiftetes Lob, das weiß ich schon. Wieso? Nein, aber Sie waren immer schon wach, fit und daran ist nichts verändert. Nein, ganz im Ernst, wir haben unterschiedliche Talente, wir haben unterschiedliche genetische Bedingungen, wir haben unterschiedlich viel Glück. Man kann auch aktiv sein und dann mit 50 tot umkippen, das kann alles sein. Aber die Regel der Wahrscheinlichkeit sagt, dass wenn man sich ein bisschen daran hält, wenn man aktiv bleibt, wenn man sich vernünftig ernährt, wenn man sich bewegt, wenn man interessiert bleibt, ganz wichtig, dass man dann auch eine Chance hat, älter zu werden und auch alt zu werden. Weil normalerweise, es geht ja, ich erinnere mich immer an diese, das ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, diese Ausstellung von Herr Linde Kölbel, wo man auch sieht, was Politik mit Leuten macht. Joschka Fischer ist ein Beispiel, Gerhard Schröder ist ein Beispiel, also wie bei Barack Obama hat man über die Zeit gesehen, wie das Haar immer grauer wurde und ich glaube, als der aus dem Amt ausschied, war er 52 Jahre alt. Also da hat man das Gefühl, Politik saugt die Leute regelrecht aus. Sarah Wagenknecht ist ein aktuelles Beispiel, ist morgen Abend hier, die sagt, das ist mir alles viel zu viel. Warum konnte Ihnen das nichts anhaben, Herr Müntefering? Na, das will ich so mal nicht sagen. Also das ist, die Menschen sind unterschiedlich belastbar, das ist ganz klar, aber diese Last des Lebens hat man natürlich auch in anderen Berufen. Wer da Verantwortung hat oder auch der Müllarbeiter oder so, das ist nicht so, dass die nach 30 Jahren noch so aussehen oder 40 wie vorher. Also da darf man nicht nur die Politiker sich angucken. Bei uns fällt das am meisten auf bei den Politikern, weil die vielleicht das meiste fotografiert werden. Gucken Sie Schauspieler an, Mario Adolf oder solche Leute, wie die da ausgesehen haben, wie sie jetzt aussehen, aber das ist normal. Da muss man einfach wissen, die einzige Chance, alt zu werden, ist älter zu werden. Und ich möchte älter werden, weil ich gerne lebe und weil ich möchte, dass die Menschen gut leben können, bin ich an dieser Stelle unterwegs und versuche zu helfen. 2009 könnte es sein, dass Sie sich damals zu alt gefühlt haben, denn da wollten Sie eigentlich nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Und die Geschichte sagt oder Gerüchte behaupten, Frank-Walter Steinmeier hätte Sie damals umgestimmt. Wie hat er das gemacht? Hat er zu Ihnen gesagt, Franz, das geht noch nicht oder du bist noch nicht alt genug, du darfst noch nicht aufhören für den Bundestag zu kandidieren? Wir haben damals sehr eng zusammengearbeitet und ich war sehr froh, dass Frank-Walter Steinmeier auch bei der Wahl damals angetreten ist. Das war alles nicht so klar. Ich war gesundheitlich in der Zeit nicht so gut drauf. Hat keiner so richtig gemerkt, aber das hat sich alles wieder stabilisiert. Und es war damals Zeit, dass ich mal richtig Luft geholt habe und das hat sich auch bewährt. Sie haben ja Ihre zweite Frau gepflegt, bis sie an Krebs bedauerlicherweise gestorben ist. Wie stark hat Sie das mitgenommen, Herr Müttelfinger? Hat Sie das nur psychisch oder auch insgesamt beansprucht? Das kann man schlecht messen. Es war eine besondere Zeit, eine Zeit im Leben, die man nicht vergisst und die auch ganz wichtig ist für alle, die gehen und sterben und für die, die bleiben. Ich hatte das auch bei meiner Mutter schon erlebt und deshalb bin ich auch an dem Thema Sterben ganz viel dabei und sage, es kommt schon darauf an, wie Menschen sterben. Und wir dürfen nicht weggucken, wir dürfen die nicht irgendwo sterben lassen, sondern wir Älteren haben Zeit. Unsere Währung ist Zeit. Und da sind viele Ältere da, die auch sich da engagieren, bei Hospiz und Palliativ, die einfach bei den Menschen sind, denen die Hand halten und mit denen sprechen. Und das ist eine Frage von Kultur und von Qualität der Gesellschaft und von Demokratie, ob wir Zeit haben füreinander. Und wir haben Zeit, auch wenn wir immer mit Augenzwinger sagen, jetzt mit den Rädern haben wir gar keine Zeit mehr, man macht ja immer seinen Witz dabei, aber wir haben Zeit. Und da sind viele, viele Engagierte, die Menschen helfen, die das brauchen. Das hier ist ja mehr oder weniger ein Franz-Mütte-Viering-Sammelalbum, muss man sagen. Denn es geht um das Thema Älterwerden, aber das, was wir gerade besprechen, und ich habe mein Patschehändchen da genau auf dem Titel, das ist schade. So ist das Buch richtig, sieht das Buch richtig aus, mit einem frischen Franz-Mütte-Viering vorhin drauf, unterwegs, älter werden in dieser Zeit. Es geht um das Thema Älterwerden, es geht um dieses Thema, was Sie gerade ansprechen, Herr Münte-Viering, Leben mit dem Sterben. Sie verweisen darauf, dass Sie Anfang, Mitte der 90er Jahre sowohl in Köln als auch in Bonn ein Hospiz eröffnet haben, damals als Sie noch in der NRW-Landespolitik. Nee, das haben Sie aus dem Bundestag verstanden. Nee, nur in der NRW-Landespolitik. Da habe ich mich gefragt, oder ich erinnerte mich an so ein Beispiel, dass auf so einem Feld in unserer Nachbarschaft, in dem Vorhaus, in dem ich damals wohnte, sollte ein Hospiz eröffnet werden. Und da gab es tatsächlich Proteste unter den Anwohnern, die gesagt haben, bei uns in der Nachbarschaft soll nicht gestorben werden. Was hätten Sie denen denn geantwortet, Herr Münte-Viering? Ja, mit denen muss man reden. Die Welt hat sich an der Stelle verändert. Früher starben die Menschen in den Familien, mit den Familien. Ich habe das im Dorf auch noch erlebt, in einer Kleinstadt, wo man wusste, die Nachbarin stirbt. Man hat die auch noch schreien hören. Schreien? Vor Schmerzen. Es gab kein Morphium, es gab keine Hilfen wirklich für die Leute. Ein Albtraum. Ja, aber deshalb muss man sagen, das Sterben heute, begleitet, hospizlich und palliativ, ist nicht dramatischer, als es früher war und eher eine Chance, auch Lebensqualität in der letzten Phase zu halten. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht bei allen Immatürungen. Die meisten Menschen sterben relativ normal, ein schwieriges Wort für sterben. Da wird immer Tränen und Widerspruch da dranhängen und Verzweiflung. Aber das Leiden im Sterben, das können wir heute schon deutlich, deutlich reduzieren. Man muss es aber auch begleiten und man muss auch Zeit haben dafür. Lassen Sie sich eigentlich Gleichaltrige von Ihnen gerne erinnern, was früher war, weil das ja auch gleichzeitig bedeutet, wenn ich jetzt jemandem sage, naja, du warst ja schon vor der Währungsreform auf der Welt, heißt das ja immer, ich mache ihn damit eigentlich alt. Auf der anderen Seite haben Sie schon mal gesagt, es gibt so Stichwörter, mit denen ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, wie Quäkerspeise. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was soll das sein. Das ist aber ein Schlüsselwort für Leute, die Sie treffen. Ja, ja, klar. Nämlich was denn? Erklären Sie das bitte nochmal, Herr Mitterfülle. Als ich in die Schule kam, 1946 war ich sechs Jahre alt, es gab wenig zu essen und wir kamen in der Schule, wir kingen mit Kochgeschirr, das war das wichtigste Gerät, nicht der Schreiber oder der Griffel, den wir da mal hatten, oder mit dem Kochgeschirr. Und in der Schule gab es Quäkerspeise. Eine Sekte, eine religiöse Sekte in den USA, die haben gespendet und haben uns was zu essen gegeben und die legendäre Suppe, die es damals gab, so eine Milchreissuppe mit Rosinen da drin, die schmecke ich heute noch, weil das ist ganz klar. Im guten oder im schlechten Sinne? Gut, gut. Also das heißt, wenn ich Ihnen jetzt Milchreis machen würde, dann würden Sie das nicht schlimm finden? Nein, nein, das würde ich auch essen, auch die Rosinen da drin. Weil mein Vater hat zum Beispiel aus dem Grund, glaube ich, Graupen abgelehnt, weil das für ihn assoziiert war mit so einem fiesen Essen, was man essen musste. Das hatte ich auch. Also Graupen habe ich gesagt, esse ich nie wieder in meinem Leben. Ab und zu gibt es das heute schon mal in ganz feinen Lokalen, da kriegt man Graupen, das habe ich aber inzwischen vergessen. Aber an den Graupen war kein Fett dran, das schmeckte alles ganz fürchterlich. Das war schon aus richtigen Not, das Essen zusammenzubekommen und das vergisst man natürlich auch nicht. Das prägt einen auch. Und weil Sie eben mit der Lebensgeschichte anfangen, da empfehle ich sehr, dass wir da Rücksicht nehmen aufeinander und den Menschen auch Gelegenheit geben, über ihr Leben zu sprechen. Wenn ein Älterer sagt, das war 1945 oder 60 oder 70, so nicht immer sagen, das weiß ich nicht, interessiert mich nicht oder hast du schon mal erzählt, so geht das ja. Wir lesen gerne Geschichtsbücher, aber wir sind nicht so bereit, Menschen zuzuhören, wenn sie über ihr Leben erzählen. Das ist aber wichtig, das ist für jeden einzelnen Menschen wichtig und gerade auf der letzten Strecke im Sterben reden viele nochmal darüber, wie das eigentlich vor 50 Jahren und vor 80 Jahren gewesen ist, was man erlebt hat und was man alles so gehabt hat. Man lernt nochmal die Menschen kennen. Das ist ein eigener Beruf, ein eigenes Berufsbild, was sich da herausbildet. Leute, die Menschen begleiten auf der letzten Strecke und zwar mit aller Aufmerksamkeit und die, die sterben, sind die Wichtigen. Die werden nicht weggeschoben, damit sie sterben, sondern man kümmert sich nochmal darum. Jetzt können aber Sozialdemokraten, die heute im Amt sind, die heute arbeiten, politisch arbeiten, mit Recht Angst davor haben, dass Ältere sich zu Wort melden. Dann, Gerhard Schröder hat sich Anfang Februar zu Wort gemeldet und hat über Andrea Nahles schlimme Sachen gesagt, die würde ich sehr ungern über mich in der Zeitung lesen. Nämlich, er wurde vom Spiegel gefragt, ob sie denn ökonomische Kompetenz habe, die Andrea Nahles. Dann hat er gesagt, ich glaube, das würde sie nicht mal selbst von sich behaupten. Das ist natürlich ganz schön hart. Wenn Sie ihn jetzt sprechen, schreiben Sie ihm dann hinterher eine SMS und sagen, Gerhard, mach mal halblang, brems mal ein, lass die Andrea in Ruhe? Nee, das mache ich nicht. Ich denke so, aber diese ganze SMS-Sache mache ich nicht mit. Da ist heute viel zu viel Nervosität in der ganzen Welt. Und ein hohes Maß von Exhibitionismus. Alle müssen irgendwie die Klappe aufmachen und sagen, was sie gerade denken. Man denkt nochmal nach und macht mal runter. Ich habe früher, also in der Funktion, war auch nicht die gefragt, die vorne sind, aber das meint ihr. Ich war auch nicht dankbar, wenn die das kommentiert haben in aller Breite nach draußen. Das passiert schon mal, aber das ist auch nicht in Ordnung. Sondern man muss, wenn man gefragt wird, antworten, dann auch intern ehrlich. Und ansonsten muss man denen versuchen zu helfen, dass sie ihre Arbeit tun können. Das ist schon schwer genug. Aber das ist keine nervöse oder hektische Sache, wenn Gerhard Schröder ein Spiegelinterview gibt. Dann kommen die Leute, die fragen ihn Sachen, er antwortet. Dann gibt es eine Abschrift, die autorisiert er. Dann schickt er die zurück zum Spiegel und dann drucken die die ab. Also das ist nichts Nervöses. Das heißt, wenn er im Spiegel steht, die Frau hat von Ökonomie keine Ahnung, dann wollte er das sagen. Das ist richtig. Sonst hätte er es herausgestrichen, aber sich zu wenig Zeit dazu genommen. Im Dorf gab es ein altes Wort, schlaf nochmal drüber. Das ist, glaube ich, schon gut. Also man sollte da nicht zu furcht sein. Aber die Leute, die Sie da gerade vor sich sehen, die Geschicke auch Ihrer Partei, der Sie fast 50 Jahre angehören, in der Hand halten, die haben ja im Moment den Mangel zu verwalten. Das sagen Sie selber auch an einer Stelle in Ihrem Buch. Sie sagen, da sprechen Sie über Herbert Wehners Prognose, der seinerzeit 82 gesagt hat, wir werden 15 Jahre in der Opposition bleiben. Sie sagen, es waren dann 16. Und Sie sagen dann auch, wirkt bei der heutigen Ausgangslage eher beschönigend. Was heißt Sie, wenn die SPD jetzt in die Opposition ginge, Herr Müntefer, dann glauben Sie, dass die länger als anderthalb Jahrzehnte in der Opposition blieben? Glauben nicht. Ich sage nur, man muss wissen, wenn man etwas bewegen will, ist das leichter in der Regierung. Deshalb kandidiert man auch, deshalb bewirbt man sich. Und so wie die Lage insgesamt ist, kann ich nicht erkennen, dass man ganz schnell ganz durchstarten könnte nach ganz vorne hin. Das ist, glaube ich, realistisch. Und deshalb wird man neu aufbauen müssen und neues Vertrauen gewinnen müssen dabei. Und das kann lange dauern. Und deshalb sollte man nicht leichtfertig daraus gehen. Also im Zweifelsfall kann man für die Menschen, für die man was tun will, immer leichter etwas tun, wenn man in der Regierung ist, als wenn man in der Opposition ist und die Regierung nur kritisiert. Aber wenn ich das richtig verstanden habe in den Interviews, die Sie damals gegeben haben im vergangenen Jahr, waren Sie nicht von Anfang an Freund dieser Neuauflage der Großen Koalition von Kabinett Merkel 4? Nein, das ist richtig. Weil ich glaube, dass wir in einer Demokratie in einer Situation sind, wo die Dinge sich verändern, wo die Parteien ihre alte Form der Arbeit auch ein bisschen verlieren. Das wird immer schwieriger. Als 1949 das Grundgesetz entstand, Artikel 21.1, da steht da drin, die Parteien wirken bei der politischen Meinungsbildung des Volkes mit. Es gab kein Fernsehen, es gab nur ganz wenig Rundfunk, es gab wenig Zeitung. Die Leute kamen zu den Parteien und ließen sich informieren. Wenn der Schumacher ins Ruhrgebiet kam, kamen 50.000 oder 80.000 Menschen und hörten dem zu, bei den scheppernden Lautsprechern, die es da gaben. Heute ist die Information perfekt, sie läuft rundum, aber sie ist auch chaotisch und es ist sehr schwer für Parteien, das Ganze zu bündeln und daraus eine Meinung zu machen. Ja, aber die Grünen sind erfolgreich, die SPD nicht, unter diesen Bedingungen, die Sie gerade beschreiben. Ja, und die Grünen sind nicht viel stärker als wir dabei. Im Moment schon, nach der letzten Sonntagsfrage, die ich gesehen habe, liegen die vor Ihnen, Herr Münteflink, schon wieder. Ich habe gesagt, nicht viel größer als wir und was bei den nächsten Wahlen ist. Da erinnere ich mich aber an Christa Sager, wie die mal gesagt hat, die SPD behandelt uns schlecht, weil die tun immer noch so, als seien wir aus ihrer Rippe. Also das wäre eine lange Zeit, da erinnern wir uns beide daran, dass das undenkbar gewesen wäre, dass die Grünen stärker sind als die SPD. Hallo, mein Opa. Ja, 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 ja. Aber das, was wir erleben, trifft im Grunde die Demokratie insgesamt. Das ist nicht nur eine Sache der SPD, sondern die originärsten Industriearbeiterparteien in ganz Europa haben in den letzten 20 Jahren erheblich verloren gehabt, auch weil die Gesellschaft sich ändert, weil die Industrie nicht mehr das Alles und Eines ist. Und wir auch ein Stück, ich glaube, dass wir noch relativ lange gut gegengehalten haben und dass die Tatsache, dass Gerd Schröder noch Kanzler wurde da und dass wir da noch, ja, doch einige Jahre regiert haben, sieben Jahre insgesamt, dass das nochmal ein guter Schub gewesen ist, sonst wäre die SPD früher weggerutscht dabei. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, wie kann man eigentlich in die Zeit hinein neu sich formieren. Aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt brandenburgischer Sozialdemokrat und müsste jetzt Dietmar Woidke im Amt verteidigen. Da würde ich natürlich ankommen und würde sagen, Franz, das habt ihr uns alles eingebrockt, dass wir heute so dastehen, das habt ihr uns eingebrockt, der Gerd Schröder und ihr alle, die Rente mit 70... Was sind eigentlich eingebrockt? Das geht uns relativ gut. Ich meine, Sie reden jetzt hier, so wie wir hier sitzen, wenn wir das Land auch noch schlecht reden dabei. Die Wahrheit ist doch, dass es relativ gut läuft in Deutschland. Das ist doch ganz eindeutig. Die Sozialdemokratie hat 120.000 Leute verloren durch die Agenda 2010. Deswegen würde ich, ich habe mich ja nur in die Rolle des Genossen versetzt. Ich würde, könnt ihr mir vorstellen, dass da, oder ich weiß, dass viele Leute immer noch dabei sind und sagen, das hat uns so geschadet, Hartz IV, die ganze Hartz-Reform, München-Ferrin kommt mit der Rente mit 67 um die Ecke. Das machen die Gegner und manche von uns machen das leider auch, das ist aber falsch. Wir haben damals mit dem, was wir getan haben, die Konsequenzen gezogen aus der demografischen Entwicklung. Und ich kann nur empfehlen, dass man das nicht wieder macht, wie das vorher gemacht worden ist, unter Kohlzeit noch. Wir wussten ganz genau, wie die demografische Entwicklung ist. Wir wussten, dass von den 57, 58-Jährigen nur noch so ungefähr 35 oder 40 Prozent, die in Arbeit waren, die anderen waren schon raus. Wir wussten, wir müssen das langsam aufbauen. Wir haben das faktische Renteneintrittsalter um etwa fünf Jahre aufgebaut. Und das ist eine große Stabilität, die wir da reingebracht haben. Das gilt auch für die Agenda insgesamt, die viele Arbeitsplätze geschaffen hat, die bei den Hauptschulen, bei den Kitas eine Menge gebracht hat. Immer macht man auch Fehler, das ist schon wahr. Aber insgesamt eine gute Zeit, da lasse ich überhaupt nichts drauf kommen. Und ich sage ja, das ist die Erfahrung des Lebens einfach, die man hat. Je weiter das weg ist, umso größer wird die Zahl der Helden, die es besser gewusst haben und die es besser hätten machen können. Die das aber nicht gemacht haben. Und auch heute wieder nicht. Im Nachhinein weiß man es immer besser. Aber jetzt habe ich bei Franz Müntefering gelesen, in seinem Buch unterwegs, dass diese Regierung 1998, also gab es ja tatsächlich einen kompletten Regierungswechsel, den es in der bundesdeutschen Geschichte gar nicht so oft gab. Noch nie. Ja, und das war ein dickes Ding, das war begleitet von einigem Enthusiasmus. Und dann schreiben Sie aber, 1999 wäre das fast schon wieder vorbei gewesen. Das war alles schon wieder Schrott. Inwiefern denn? Und vor allem, wie haben Sie sich da rausgerettet? Das war das nicht. Aber wir waren nicht vorbereitet auf die Situation, die wir da waren. Was wir in Deutschland erlebt haben, war das nach der Deutschen Einheit, nach 89, 90, wir das Gefühl hatten, Ost-West, das ist weg. Es ist die Demokratie da, weltweit, keine Probleme, kein Krieg mehr, keine große Rüstung mehr. Demokratie und soziale Marktwirtschaft, das läuft jetzt alles. Und wir haben in den 90er Jahren in Deutschland verpennt, nicht nur Kohl, der regiert hat, sondern wir waren ein Stück weit mit dabei, dass man hätte verändern müssen, dass man hätte korrigieren müssen, dass man die nächsten Schritte hätte geben müssen. Und als wir drankamen, haben wir die Schubladen gefunden, voller Unsinn. Und die Rente war nicht bedacht, der Arbeitsmarkt war nicht bedacht, die Bundesanstalt für Arbeit war noch gar nicht da, so wie es heute da ist, es war noch eine alte Verwaltung. Und da mussten wir ran. Und wir haben nach ein, anderthalb Jahren, wussten wir, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe, wieder eine Linie reinzubringen. Und das haben wir dann auch geschafft. Ist das so, dass, weil es wirklich nur zwei solche Regierungswechsel gab, liegt das an unserem System, dass das keinen totalen Wechsel so leicht zulässt? Oder liegt das an den Deutschen, die keinen Bock haben, dass es so einen Wechsel, so einen radikalen Wechsel gibt? Weil das ist ja, das hat ja tatsächlich in unserer Öffentlichkeit zugenommen, so einen Verbalradikalismus. Man sagt, das muss sich alles ändern, das muss alles sofort anders werden. Also ist das systematisch oder ist das, wenn man so will, Nationalcharakter? In unserem Verhältnis Wahlrecht ist das natürlich angelegt. Das ist anders als in Amerika oder in Großbritannien, wo dann eine Partei gewählt wurde, oder waren klassischerweise immer nur zwei. Und wir hatten von früh an, dann von 1969 an, war die FDP dann mit uns und dann wieder mit den anderen und so. Sie war immer das Zünglein an der Waage. Das hat sie jetzt auch verloren. Das ist auch neu in der ganzen Konstellation, die wir jetzt haben. Und ja, es wird jedenfalls so sein, dass die Parteien insgesamt mehr sind, als wir sie damals hatten. Und das führt immer dazu, dass man nicht so leicht mehr Regierung bilden kann. Also das heißt, wenn ich das von vorhin nochmal in Betracht ziehe, dann hätten Sie Christian Lindner bei der Verhandlung über die Jamaika-Koalition auch geraten, Christian, würde ich nicht machen. Ich würde nicht vom Tisch gehen. Ich würde schöner sitzen bleiben, weil Regieren, das ist das, was zählt. Das steht mir nicht zu, aber ich würde Ihnen voll zustimmen. Die FDP hat zweimal, zweimal vergeicht. Und zwar einmal 2005, als wir keine Regierung mit Schröder mehr bilden konnten. Wir konnten eine Ampel machen. Und ich habe als Vorsitzender... Rot und Gelb. Ich habe als Vorsitzender... Gerd Schröder hat allerdings gesagt, das wird die FDP nicht machen. Und er hat Recht behalten. Ich habe die angeschrieben, ich habe mit den Grünen gesprochen und die Grünen waren nicht begeistert, aber sagen, wir wollen mal gucken, wenn das geht. Und ich bekam aus dem Büro des SPD-Vorsitzenden eine Nachricht, eine Sekretärin, er spricht nicht mit uns. Damit war die Sache klar. Damit entstand erst Große Koalition. Wir waren nicht wild auf Große Koalition, wir hätten das auch gerne anders gemacht. Heute würde das alles anders laufen. Und Lindner's Verhalten hat mich sehr daran erinnert. Ich habe gesagt, wie will er denn eigentlich aus der Ecke wieder rauskommen? Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir und die anderen. Sind die Christdemokraten eigentlich tatsächlich noch die anderen? Und vor allen Dingen ist Angela Merkel tatsächlich eine, nicht so eine Universalbundeskanzlerin, die für die Sozialdemokraten wie für die Christdemokraten gleichermaßen gut taucht? Das war bei Adenauer, das war bei Schmidt, das war bei Kohl in vergleichbarer Weise so. Bei Kohl vielleicht nicht so. Also, dass die Kanzler dann das Volk auch repräsentieren und die Gesellschaft repräsentieren und dann auch eine hohe Anerkennung, finde ich, kann ganz, ganz viele Menschen nennen, die mir gesagt haben, der Schmidt ist ein ganz, ganz toller Kerl, er müsste nur bei uns sein. Die wollten ihn alle gerne haben und das ist im Grunde bei Merkel auch so geworden. Ich habe mir das nicht zugetraut, sage ich ehrlich, aber sie hat es dann geschafft, sich da an der Stelle zu platzieren. Eine meiner Lieblingsstellen, Herr Mütteführing, in dem Buch beschreibt Helmut Schmidt, weil wir haben den ja gefeiert, also Medien haben den gefeiert. Giovanni Di Lorenzo hat Interviews mit ihm geführt, Sandra Maischberger hat Interviews mit ihm geführt. Erklären Sie uns die Welt, Herr Schmidt, was ein bisschen merkwürdig ist, muss man sagen, auch von der Attitüde her, dass Leute, die auch schon in den 50ern sind, sagen, du bist über 80, sag du mir mal. Sie schreiben, meistens war er, Helmut Schmidt, ärgerlich, weil er dem gelabert zuhören sollte, aber doch eigentlich die Welt retten musste, wie er uns wissen ließ. Das war zu der Zeit, als Helmut Schmidt Bundeskanzler war. Sie waren ein junger Abgeordneter im Deutschen Bundestag in Bonn. Er saß vorne, wie Sie hier schreiben, mit seinen 40 Zigaretten und zwei Flaschen Cola. Aber da kann ich mir vorstellen, dass Sie den damals aber nicht als weisen Mann wahrgenommen haben, dem er mal gut zuhören müsste. Nö, da wurde auch ziemlich geholzt, von ihm und von uns auch. Und er hat aber meistens recht gehabt. Im Endergebnis, muss ich sagen, da war schon ein ganz wichtiger Kanzler. Er hat auch die Weltpolitik breiter werden lassen in Deutschland. Und ich habe ihn dann auch sehr schätzen gelernt. Aber wenn man ehrlich ist, seine große Zeit, auch die von Willy Brandt, die kamen erst wirklich, als sie dann die Alten waren, als sie nicht mehr im Tagesgeschäft sich bewähren mussten, sondern wo sie ja kluge Gedanken äußern konnten. Das haben sie beide getan. Und da haben alle Kanzler eine Chance, das zu tun. Jetzt haben Sie, in dem Buch gehen Sie auch ein auf so Begriffe wie Generationengerechtigkeit. Sie machen sich einen schlanken Fuß. Das ist der einzige wirklich bockige Teil des Buches, wo Sie sagen, hier, Internet, Facebook und so weiter, nicht mit mir. Da haben Sie im Prinzip als Vorlage für andere Leute, die ja auch keinen Bock drauf haben, schon einen Entschuldigungsbrief vorgelegt. Ist ein bisschen stur. Das müssen Sie zugeben, das ist stur. Ja, das ist klar. Verschließen Sie sich an der ganzen Welt damit? Ja, ja gut. Aber ich meine, ich habe ja geschrieben, mir geht es darum, dass ich möglichst viel weiß, viel lese, viel erfahre, viel tue. Und das kriege ich alles hin. Da gehen 24 Stunden mit rum. Und wenn ich jetzt was anders anfange, das alles auch noch, die ganze Welt auch noch dazu nehme, da komme ich gerne immer hin, da vernachlässige ich andere Dinge. Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden, so wie ich es lebe. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich bin dankbar für SMS und für telefonieren können und dass viele wissen, dass da ist, dass man abgreifen kann. Aber dieser Exhibitionismus, der da sich austobt, das ist meine Sache nicht und da will ich ja nichts mit zu tun haben. Sie bestreiten oder Sie argumentieren, Sie bestreiten das nicht so laut, aber Sie argumentieren gegen den Generationenkonflikt. Sie sagt, was soll das sein? Jetzt fasse ich Sie da zusammen. Was soll das sein? Generationskonflikt. Generationskonflikt könnte sein. Heute Morgen im Deutschlandfunk. Tilman Kuban, der neue Vorsitzende der Jungen Union, hat gesagt, Sozialstaat ist notwendig. Aber er, Kuban, fragt sich, ob das die einzige und so wesentliche Aufgabe ist, die unsere Gesellschaft trägt. Weil er natürlich darauf hinweist, schaut mal, Freunde, Sie nennen das auch in Ihrem Buch, schaut mal, wie hoch der Steuerbeitrag für die Rente mittlerweile ist. Guckt euch die ganzen Sozialausgaben an und dann rechnet mal dagegen, wie viel wird für Bildung ausgegeben, wie wenig wird ausgegeben für Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das nennt er alles. Finden Sie das so leicht von der Hand zu weisen? Der ist 31. Das könnte von mir sein. Das ist überhaupt keine Frage. Deshalb sage ich ja, wir müssen Volkspartei sein. Wir müssen den Sozialstaat hochhalten. Aber die Freiheit und die Gerechtigkeit und die Solidarität sind drei Dinge. Der Staat muss die Gerechtigkeit organisieren mit den Gesetzen. Aber die Freiheit des Einzelnen und auch die Solidarität in der Gesellschaft, was sind Sachen, die entstehen innerhalb der Gesellschaft selbst. Und deshalb müssen wir als Partei, müssen alle Parteien von ihrer Idee her Volkspartei sein. Das ist kein Zufall, dass 1959 die Sozialdemokraten in Gutesberg beschlossen haben, wir sind eine Volkspartei, nicht mehr nur Partei der Arbeiterklasse. Das sind wir auch noch. Darum kümmern wir uns noch. Aber wir sind nicht nur dafür da, sondern wir müssen auch was sagen, wo muss geforscht werden, wo muss entwickelt werden, wie schaffen wir es, dass Wohlstand bleibt, wie setzen wir uns in der Welt durch, wie macht man Außenpolitik und große Sicherheitspolitik. Und das waren alles Dinge, die sowohl Brandt als auch Schmidt als auch Schröder gemacht haben. Die Sozialdemokraten müssen sich immer erinnern, die wirklich guten Zeiten, da wo die Leute gesagt haben, wir können was, die waren immer da, wenn wir uns um alles gekümmert haben. Das müssen wir auch wieder tun, stärker als bisher. Warum sind Sie, wie Sie im späteren Teil des Buches eingestehen, kein Optimist, Herr Müntefering? Ja, ich bin, weil dieser Optimismus, der mir manchmal begegnet, den finde ich halsbrecherisch. Das kann alles bitter schief gehen. Das muss man sagen. Ich habe immer gesagt, ich bin für zuversichtlich, glaube, dass genug Menschen da sind, die einen guten Willen haben und auch genug Menschen, die helfen, dass es auch gut gehen kann. Das glaube ich. Das unterstütze ich auch, da zähle ich mich dazu. Aber solche, die so wurstig sagen, ich bin optimistisch, das ist auch so ein bisschen Gefühlsduselei. Das ist noch immer gut gegangen, es ist nicht immer gut gegangen. Wir haben in Deutschland erlebt im letzten Jahrhundert, was Menschen anrichten können, was für fürchterliche Sachen passieren können. Und da darf man nicht optimistisch sein, sondern man muss vorsichtig sein an der Stelle und auch, ja, nicht misstrauisch, aber doch aufpassen, dass die Zuversicht auch gerechtfertigt bleibt. Das zeigt sich ein Dissens, der den Menschen in Berlin und Brandenburg womöglich fremd ist, aber das ist der westfälisch-rheinische Gegensatz, denn es ist noch immer gut gegangen, das ist ein rheinischer Spruch, den man einfach so dahin sagt. Herr Müntefering, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Heute Morgen besprechen wir dann mit der Frau, die eigentlich eine Mehrheit links der Mitte organisieren wollte mit ihrer Aufstehenbewegung. Sarah Wagenknecht ist zu Gast. Bis dahin Ihnen eine wunderbare Nacht. Vielen Dank.